Das ist kein Gesetz, was irgendetwas hergibt, dafür die ganze Bevölkerung in Hausarrest zu setzen. Also hier findet eine Umgestaltung der Gesellschaft statt. Das ist nicht nur ein Bruch des Grundgesetzes. Das ist auch ein absolut nicht abgedeckt durch irgendein bestehendes Gesetz. Das ist eine Orwell-Putsch, der hier stattfindet. Die Krake Bertelsmann zum Beispiel kontrolliert das ganze Gesundheitswesen. Zum Beispiel auch hier in Marburg sind jetzt Professoren, die sagen, also diese Maßnahme mit der Quarantäne, mit dem Hausarrest ist völlig unverhältnismäßig. Und uns zu besinnen, ist das eigentlich unsere Welt oder ist das die Welt von Bill Gates, Richard Branson und Elon Musk oder Jeff Bezos? Wessen Welt ist es? Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, heute ist Palmsonntag und wir wollten diesmal kein Online-Interview via Skype oder sowas machen, sondern wir sind heute über eine wirklich total leere Autobahn hier nach Marburg gefahren, um unseren heutigen Gesprächsgast zu interviewen. Der Abstandshalter ist in Zeiten von Corona natürlich ein wichtiges Instrument, das im Auto fest eingebaut war. Aber hier müssen wir nochmal kurz nachmessen. Moment. Jawohl. Wir sind im Limit. Wir begehen hier keinen Gesetzesverstoß oder sowas. Und ich freue mich ganz besonders, dich, mein lieber Hermann, hier besuchen zu dürfen. Hermann Plopper, du bist Politologe und Publizist und wir wollen natürlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen und freuen uns schon auf deine Einschätzung und Einordnung der aktuellen Situation, die wir hier erleben. Ich freue mich auch auf das Gespräch, ja. Ja. Lieber Hermann, der Kontakt zu uns kam zustande, weil du eigentlich ein kurzes Statement machen wolltest zu einem Monitorbeitrag, das am 2.4. diesen Jahres lief. Jetzt haben wir das zum Anlass genommen, gleich mit dir ein Interview zu machen. Willst du ganz kurz uns erklären, was in diesem Monitorbeitrag so als Tenor transportiert wurde? Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt zu kommen. Finde ich ganz großartig. Hat mich auch gefreut. Das war sozusagen jetzt Plan soll Übererfüllung, was ihr macht. Das ist wunderbar. Ja, mit dieser Sendung, die ja viele Leute gesehen haben, es war ja insofern für mich sowohl witzig wie auch ein bisschen bedrohlich, dass dort ein Artikel von mir bei KenFM gezeigt wurde, als besonders schlimmes Beispiel für Verschwörungstheorie, für Vereinfachung der komplexen Nachrichtenlage durch diese alternativen Medien. Mein Artikel dort lautet Corona, ein asymmetrischer Krieg der Superreichen gegen die restlichen 99 Prozent? Da fängt es schon mal an, weil nie dieser ganze Titel gezeigt wird, sondern die Kamera fährt von links nach rechts rüber und man kann immer nur Fragmente der Zeile sehen. Und dass dieses nun so ein, von mir jetzt ein Aufsatz war, den man unter die Kategorie Essay nehmen würde. In der Schule hätte man gesagt, dialektischer Besinnungsaufsatz. Also, dass man die These A nimmt und vorstellt und dann These B und beide werden debattiert und dann kommt man zu einer eigenen Schlussfolgerung. Das ist eigentlich so der Standard Essay von Versuchen ein öffentliches Nachdenken. Das wurde nun so eigentlich alles weggedimmt und es wurde jetzt gesagt, hier wird ganz primitiv sozusagen, ja, der Krieg der Superreichen als ein Beispiel einer paranoiden Gestimmtheit, kann man sagen. Aber die sind an der Überschrift hängen geblieben. Ja, es war auch nur ganz kurze Episode, kamen noch andere Artikel rein, aber das war natürlich für mich erstmal überhaupt eine Genugtuung, dass überhaupt mal was von mir in den Mainstream-Medien, wenn auch gleich ex negativo gekommen ist, aber zugleich ist es auch was Bedrohliches, weil man weiß, es kann auch irgendwann zu Zensurmaßnahmen kommen, wenn die Entwicklung sich so weiter fortspinnt. Und ich habe dann mal mir so ein paar Gedanken gemacht, ich habe mir die Sendung dann genauer angeguckt. Also, die lief ja als Komprimat in der Tagesschau, also als Kurzfassung und dann eben als längerer Beitrag bei der Magazinsendung Monitor. Und es fängt gleich an, ich sage mal, wenn man die Qualität dieser Sendung mal vergleicht mit dem, was sogenannte alternative Medien oder verschwörungstheoretische Medien bringen, muss ich sagen, ist die Performance dieser Sendung erbärmlich. Also es fängt damit an, dies ist der Mann. Und dann sieht man das Porträt von Wolfgang Wodag, also einem der ersten Kritiker der offiziellen Erzählung von der Gefährlichkeit von Corona, der eben 2009 bereits als damals als Bundestagsabgeordneter die Machenschaften der Pharmakonzerne entlarvt hatte und auch versuchte, strafrechtlich gegen sie vorzugehen. Da wird jetzt offenkundig eine späte Rache vorgenommen. Ich sage mal, allein dieses Das ist der Mann und dieses Porträt wie so ein Suchfoto wanted erfüllt, erfüllt schon mal den Straftatbestand, Paragraf 130 Strafgesetzbuch, Volksverhetzung. Und dann kommt eine Assangeisierung, würde ich sagen. Also Julian Assange wird ja auch stellvertretend für alle, sage ich mal, unerschrockenen Journalisten jetzt einer Isolationshaft ausgesetzt und ihm droht Auslieferung in die USA. Es wird so getan, als wenn er der Einzige wäre. Er wird herausgepickt und dann sozusagen aufgeknüpft, damit die anderen sehen, die da auch in dieser Richtung arbeiten. So kann es euch passieren, wenn ihr das auch macht. So, dasselbe macht man jetzt mit Wodag. Und anstatt, das ist schon mal völlig daneben, weil Wodag nicht alleine steht. Jeden Tag kommen Hunderte von neuen Medizinern, die sich zu Wort melden und sagen hier, das stimmt so nicht, wie es uns offiziell gesagt wird. Und es mehren sich überall die Stimmen jetzt nach einer gewissen Schockbefreiung. Also nach der Schockstarre kommt jetzt eine gewisse Schocklösung. Zum Beispiel auch hier in Marburg sind jetzt Professoren, die sagen, Also diese Maßnahme mit der Quarantäne, mit dem Hausarrest ist völlig unverhältnismäßig. Und dann so zu tun, als wenn Wodag der Einzige wäre, ist nun auch schon eine arge Verzerrung. Und gleichzeitig versucht man anscheinend wirklich Wodag jetzt mal zu erledigen, gesellschaftlich. Da fällt mir dieses Zitat von Volker Pispas ein. Wenn das Feindbild klar ist, hat der Tag Struktur. So. Es werden also sozusagen No-Gos und Feindbilder geschaffen. Ja. Und dann gucken wir uns mal an die Experten. Witzigerweise. Es ist ja ganz primitiv. Da, also das, was man den Verschwörungstheoretikern vorwirft. Da wird einer ganz verzerrt hingestellt als das Böse. Und dann kommen die Guten, dann kommen die Experten. Da ist Gerard Krause. Das ist ein Arzt, ein Immunologe. Der als Kronzeuge gegen Wodag aufgefahren wird. Und der Mann ist aber Teil des Problems, weil er auch von 2000 bis 2013 an führender Stelle im Robert-Koch-Institut gearbeitet hat und jetzt im Helmholtz-Institut ist. Ist also auch, sage ich mal, befangen, würde man sagen, bei einem Strafprozess. Jan Rathje ist von der Antonio-Amadeo-Stiftung und die ist ja nun auch in Erscheinung getreten durch ihre, erst mal durch ihre Chefin, Frau Annetta Kahane, ist eine ehemalige IM, also eine Stasi-Agentin gewesen, IM Victoria, die unter anderem die Brasch-Brüder Thomas und Klaus Brasch damals denunziert hat und den großen Schwierigkeiten in der DDR bereitet hat. Und die Beauftragte für Hate, Speech und Verschwörungstheorien bei der Amadeo-Stiftung ist Frau Julia Schramm von Hause aus Politologin und die durch Twitter-Botschaften aufgetreten ist, unter anderem Bomber Harris Flächenbrand Deutschland wieder Ackerland oder Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris Feuer frei. Oder auch eben solche Sachen wie Deutschland ist eine Idee, Deutschland darf getötet werden, Deutschland abschaffen. Diese Frau ist seit 2014 bei der Amadeo-Stiftung Beauftragte für Hate Speech, soll also sozusagen die Zensur ein bisschen machen. Man muss dazu sagen, die Amadeo-Stiftung bekommt jedes Jahr 900.000 Euro von der Bundesregierung, also von uns, der Solidargemeinschaft der Steuerzahler, um jetzt zu gucken, was ist jetzt hier quasi Hate Speech und da werden natürlich viele Sachen verquickt, also wirklich schlimme Nazi-Sachen mit systemkritischen Sachen, die früher mal wegen eher als linksradikale Kritik abgefeiert werden. Herr Jan Rathje ist Experte bei der Antonio-Stiftung, wurde dort auch dann. Dann gibt es Michael Butter, der ist Professor und hat eben, er ist ein Literaturprofessor und hat einen Verbund auch in Europa aufgemacht, europaweiten Wissenschaftsverbund gegen Verschwörungstheorie. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, dass Verschwörungstheorie mittlerweile ein Wort geworden ist, ein Sammelbegriff für dissidente Meinungen, für kritische Meinungen, die von dem Mainstream abweichen. Da gibt es, sehr interessant, Frau Pia Lamberti von der Universität Mainz. Die ist wiederum dadurch aufgefallen, also sie ist Psycho, sie promoviert gerade in Psychologie und hat in Israel studiert, ist bei der Minerva-Stiftung, die auch von Deutschland jedes Jahr mit 3,5 Millionen Euro unterstützt wird. Und sie, ich habe mir mal angeguckt, was sie so an wissenschaftlichen Korpus bis jetzt erarbeitet hat. Und da ist eben ein Text von ihr, der ist mir besonders aufgefallen, Power Pharma and its Marginalized Alternatives, Effects of Individual Differences in Conspiracy, Mentality and Attitudes Toward Medical Approaches. Zu Deutsch also die mächtige Pharmaindustrie und ihre an den Rand gedrückten Alternativen? Wirkungen von individuellen Unterschieden, also bei Individuenunterschieden in der Verschwörungsmentalität bei Haltungen gegenüber medizinischen Ansätzen. Das heißt, sie sagt in ihrem Text, dass Leute, die zu Verschwörungstheorien neigen, meistens auch zu Naturmedizin, zu alternativer Medizin neigen. Ich würde mal gerne vielleicht ein kurzes Stück aus der Presseerklärung vorlesen, wenn du erlaubst, weil es ist deftig. Westliche Industrieländer verfügen über ein hochentwickeltes Gesundheitssystem und eine leistungsfähige medizinische Versorgung. Trotzdem wenden sich viele Menschen, gerade auch in Deutschland, komplementären und alternativen Methoden zu, selbst wenn davor ausdrücklich gewarnt wird. Dies hängt nach neun Studien mit einem starken Hang zum Glauben an Verschwörungstheorien, der sogenannten Verschwörungsmentalität, zusammen. Wir haben einen eindeutigen Zusammenhang gefunden, sagt Pia Lamberti von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Je stärker die Verschwörungsmentalität einer Person ausgeprägt ist, desto mehr befürwortet diese Person alternative Verfahren und umso mehr lehnt sie konventionelle Heilmethoden wie Impfungen und Antibiotika ab. Dies sollte bei der medizinischen Prävention und bei Interventionsprogrammen im Gesundheitswesen berücksichtigt werden. Wenn wir das jetzt mal im Klartext sehen... Also das ist schon hart. ...würde ich sagen, dass das hier zusammengesetzt wird. Also Leute sind anders drauf und möchten gerne auf natürliche Weise sich heilen. Und sie werden jetzt für krank erklärt, weil sie sich gegenüber der ganzen Pharmakologisierung ihres Körpers und gegen Zwangsimpfungen zur Wehr setzen und lieber auf natürliche Methoden setzen. Und es wird auch an einer anderen Stelle nochmal gesagt, Homöopathie ist erwiesenermaßen Placebo und wirkungslos. Ja, ist natürlich nach deren Philosophie, ihrer synthetischen Philosophie wirkungslos. Aber wenn man jetzt das Ganze, sage ich mal, von einem ganzheitlicheren Ansatz her betrachtet, kann man darüber sicher noch reden. Auf jeden Fall, was sie macht mit dem Begriff Verschwörungsmentalität, da macht sie sozusagen Zensur in Psychologie. Sie sagt, dass es krankhaft ist, zu glauben, dass hinter dem offiziellen Narrativ, was wir von den Medien bekommen, eine andere Machtstruktur stecken könnte. Das heißt, es wird von vornherein schon verkrank. Ja, das ist eine Denkblockade. Aber was mir jetzt gerade so im Empfinden hochkommt, ist, ich sage es mal, das ist ja mein persönliches Recht, mein Menschenrecht, was ich mir in den Mund stopfe, was ich in meinen Körper lasse. Das ist auch die Unverletzlichkeit, wie soll ich sagen, meines Ureigensten, also des Körpers, der Nahrung und so weiter. Okay, jetzt kann man natürlich Naturheilkunde und die traditionelle Medizin oder die heute angewandte Medizin, da gibt es ja unterschiedliche Lager. Da müsste sich ja jeder schon quasi fürchten, wenn er sich einen Bio-Apfel kauft, dass er in Verdacht gerät, Verschwörungstheoretiker zu sein. Sie sagt natürlich, sie sichert sich, sie sagt im Umkehrschluss, natürlich sind nicht alle Leute, die Naturheilmedizin machen, Verschwörungstheoretiker. Das ist aber, um überhaupt wissenschaftlich noch halbwegs durchzugehen. Aber das ist tendenziell. Ein Disklima, den man unbedingt machen muss bei solchen Texten. Naja, es ist trotzdem natürlich zutiefst unseriös und einseitig. Und wenn man dann sieht, dass, ja, genau, jetzt gucken wir uns auch noch mal das Soziogramm an, was dann schließlich gezeigt wurde in dieser Monitorsendung. Da wurden also, ich weiß nicht, wie viel, 20... Ungefähr, ja. ...medien, die außerhalb der öffentlich-rechtlichen und der wirklich offiziellen, großen, privaten Sendeanstalten sind. Und da ist natürlich genau die umgekehrte Methode wie bei Wodak. Also da ist die Isolationsmethode. Hier ist sozusagen die Vermengungsmethode. Hier werden viele, viele verschiedene, sage ich mal, Nachrichtendienste oder Online-Dienste zusammengepanscht. Teilweise sind da wirklich üble Sachen drin, wo also wirklich ganz übel auch gehetzt wird gegen Minderheiten und sonst was und wo tatsächlich paranoide Konstruktionen erschaffen werden. Neben evidenzbasierten Gruppen wie KenFM, Rubicon, Eingeschenkt TV oder RT Deutsch, die wirklich, wir müssen uns ja mal klar machen, wir Alternativen müssen ja doppelt so gründlich arbeiten und doppelt so viel Faktencheck machen, weil man uns sehr genau beobachtet. Und dann womöglich, wenn wir irgendeinen Schnitzer bauen, kann man uns ja dann tatsächlich mit Anwälten nur so zudecken. Und von daher müssen wir doppelt so gründlich arbeiten wie mal wegen die öffentlich-rechtlichen. Also insofern würde ich mal sagen, diese evidenzbasierten Dienste, die ich jetzt gerade genannt habe, also die jetzt zusammenzubringen mit Leuten, die also wirklich die wildesten Theorien, Theorien in Anführungszeichen verzapfen, ist dann wiederum sozusagen Äpfel und Birnen in eine Kiste zu packen. Ja gut, wir haben uns ja die Aufgabe gestellt, im Prinzip Stimmen, Gehör zu verschaffen, die im Mainstream normalerweise kein Gehör mehr finden. Wir betrachten das als eine Aufgabe in einer funktionierenden Demokratie. Wir betrachten das als Aufgabe im Sinne der Meinungsvielfalt und der eigenen Meinungsbildung. Und das jetzt alles, wie soll ich sagen, auch zu diskreditieren, da werden ja Denkverbote aufgebaut. Und ich finde es halt erschütternd, weil noch 2009 Wolfgang Wodag ja doch in Frontal 29 ausgiebig und sachlich referiert wurde und ihm auch eine Stimme gegeben wurde, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen also so einseitig den verpacken und einpacken und fertig machen. Also 2009 konnte er noch quasi seine kritische Sicht im Zusammenhang mit Tamiflu und der Schweinegrippe darstellen. Und heute, ich sage jetzt mal, es gibt ja genügend Parallelen, ist das ein No-Go. Genau. Und das zeigt, wie sehr gewisse Netzvernetzungen hier eingedrungen sind und jetzt also sozusagen späte Rache nehmen an früheren Kritikern. Und man sieht, es ist hier in dieser Monitorsendung Teil des Problems, Experten gebracht worden, die Teil des Problems sind. Das heißt, es geht einfach mit der ganzen Struktur weiter. Es wird nicht kritisch hinterfragt, wie ist das mit Robert Koch, wie ist das mit Weltgesundheitsorganisationen, sondern hier wird pauschal werden Leute von Menschen, die selber befangen sind, die selber zum System WHO und RKI und so weiter gehören, zu Wort gebracht, aber nicht die Gegenseite. Das heißt, die könnten eigentlich von meinem Artikel lernen, wie man eigentlich einen dialektischen Besinnungsaufsatz oder ein entsprechendes in dieses Medium runtergebrochen machen könnte. Hermann, du hast dich ja ausführlich mit deinen drei Büchern quasi über Strukturen beschäftigt. Du hast Strukturen aufgezeigt, über Stiftungen, über NGOs, über transatlantische Netzwerke und, 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 und. Das heißt, dir sind ja viele dieser Muster bekannt. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der aktuellen Situation, vielleicht durchschauen wir die Muster noch nicht im Detail, aber die Indianer hatten ja auch so ein Sprichwort, so nach dem Motto, wo Rauch ist, da muss auch irgendwo Feuer sein. Also wir sehen die Auswirkungen, vielleicht wissen wir noch nicht direkt, was dahinter steckt. Aber es gibt signifikante Parallelen. Wie schätzt du aufgrund deiner Kenntnis dieser ganzen Strukturen die jetzige Situation an, nur aus heutiger Sicht? Ja, ja. Es ist ja so, ich habe ja in meinem Buch Die Mache hinter den Kulissen beschrieben, wie eben ja eben hinter den Kulissen eigentlich ohne Befragung der Öffentlichkeit Weichenstellungen geschehen sind. Also zum Beispiel in Richtung, dass wir uns, dass sich die Bundesrepublik Deutschland immer mehr anlehnt und unwiderrufliche Entscheidungen trifft, mit den USA zusammen einen geopolitischen Block zu bilden. Und das hat sich ja immer noch verstärkt über die Jahre. Zum anderen der Marktradikalismus oder Neoliberalismus, wie es genannt wird, da wo es eben auch diskrete Organisationen gibt, wie Mont Pelerin Gesellschaft oder ähnliche Organisationen, in die auch diskret sozusagen die Wirtschaftsformen, die wir in Deutschland haben, geschmeidig verändert haben. Wir haben ja in Deutschland immer noch einen ganz besonderen, wie auch in der Schweiz oder Österreich, ganz besonderen Fall, dass wir eine sehr starke genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche Wirtschaftstätigkeit haben und wir auch einen sehr starken Mittelstand haben. Und das alles zusammen bedeutet, dass wir noch viel mehr sozusagen für die Bedürfnisse der Menschen draußen im Lande wirtschaften als woanders. Zum Beispiel Sparkassen, wo das Geld generiert wird in der Region und bleibt in der Region, wird wieder durch die Sparkassen in die Region zurückgegeben. Das sind alles Dinge, die durch diskrete Mechanismen auseinandergenommen worden sind, über die Jahre geschwächt worden sind und so viele Funktionen, die eigentlich Versorgungsauftrag des Staates sind, der Gemeinschaft unter Kontrolle, der Solidargemeinschaft der Steuerzahler, sind jetzt in die Pfoten von privaten Unternehmen und Stiftungen geraten. Also die Krake Bertelsmann zum Beispiel kontrolliert das ganze Gesundheitswesen. Gerade hier in Marburg haben wir eine Universitätsklinik, die mit der Gießener zusammengefasst wurde zu einem neuen Korpus, weil die Marburger Gewinn machte und die Gießener Verluste, hat man die zusammengepanscht, um sie dann unter Aufsicht der Bertelsmann Stiftung zu privatisieren. Und der Traum dieser Privatisierer ist, dass irgendwann der Staat eigentlich nur noch Nachtwächterfunktion hat, dass er die Polizei und die Armee betreibt, aber auch die schon teilweise privatisiert. Gut, wir hatten im Vorgespräch ja auch über gewisse Entwicklungen gesprochen, Gesundheitsämter und so weiter, die immer mehr in den Hintergrund geraten, teilweise sogar abgeschafft sind und dafür wiederum andere, ich sage jetzt mal, Organisationen das Narrativ bestimmen. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also jetzt konkret runtergebrochen auf die aktuelle Situation mit Corona? Gesundheit und die Entdeutung, ja. Ja, also wie gesagt, wir haben ja hier mittlerweile Krankenhauskonzerne wie Asklepios und Rhönklinikum, die halt ja die ganzen Krankenhäuser übernehmen. Es werden immer mehr öffentliche Krankenhäuser geschlossen, es werden immer mehr Krankenhausfabriken geschaffen, privatisierte Krankenhausfabriken, die jetzt ja auch wesentlich verantwortlich sind für die momentane Intensivstationskrise, weil natürlich da auch kaputt gespart worden ist, bis zum geht nicht mehr und wenn wir jetzt mal betrachten, die Grundlinien der Gesundheitspolitik werden auch schon lange nicht mehr vom Staat Deutschland gemacht, sondern das hat sogar Seehofer, als er damals Gesundheitsminister war, in einem Frontal 21 Interview mal gesagt, dass eigentlich die Pharmaindustrie mittlerweile bestimmt und die Politiker Folgen nehmen. Und konkret jetzt runtergebrochen auf unsere Situation nehmen wir ein Beispiel weltweit das, was hier Bertelsmann deutschlandweit ist, ist natürlich weltweit zum Beispiel die Bill & Melinda Gates Stiftung. Die haben 48 Milliarden Dollar dort als Stiftungskapital abgeleicht und Warren Buffett und Bill Gates die wettbewerben ja immer freundschaftlich darum, wer ist jetzt gerade der reichste Mann der Welt, hatten nochmal einen ähnlichen Betrag 38,9 Milliarden da eingebracht, da angedockt und das wiederum kombiniert mit der Impfmanie, die Bill Gates immer wieder in Vorträgen und so weiter uns darbietet, führt dazu, dass hier eine besondere Aufmerksamkeit auch mit der Impfindustrie ist, die Pharmakonzerne sind auch verbandelt eben mit dieser oder vielmehr die Gates Stiftung legt auch immer wieder gewinnbringend Geld an in Pharmakonzernen, GlaxoSmithKline und so weiter, was für ein Wunder, dass dann die Interessen recht ähnlich sind. Wiederum betrachten wir dann darunter die Johns Hopkins Universität und dort wiederum die Abteilung für Gesundheitswesen wird auch von der Gates Stiftung wesentlich finanziert. Darunter betrachten wir die Weltgesundheitsorganisation World Health Organization WHO Da ist es so, dass es ja natürlich eigentlich eine supranationale öffentlich-rechtliche Anstalt In früheren Jahren wurde sie auch ausschließlich von den Regierungen der Mitgliedsländer finanziert. Mittlerweile ist die Zahlungsmoral dieser Mitgliedsländer so lausig geworden, dass die World Health Organization lauter Spenden einwirbt, weil auch die Ausgaben sind exponentiell gestiegen in den letzten 30, 40 Jahren und sie haben jetzt einen Etat von 4 Milliarden, den sie jedes Jahr ausgeben dürfen. Davon ist nochmal gerade eine Milliarde von den supranationalen Beiträgen, also von den Regierungen, von den Staaten und der Rest kommt von privaten Spendern, das sind in erster Linie Pharmakonzerne, aber eben auch Stiftungen, wie die Bill & Melinda Gates Stiftung zahlt 11% jedes Jahr ein in diesen 4 Milliarden Etat und hat natürlich als größter Geber auch am meisten Mitspracherecht, das ist ganz klar und seitdem das so ist, wird das auch komplett nach den Interessen von der Gates Stiftung ausgelegt. Darunter, ja? Also im Prinzip dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ja, genau. Oder wer die Kapelle bezahlt. Ja, he who pays the piper calls the tune, heißt das englische Sprechwort. Bestimmt die Musik. Genau, derjenige, der den Pfeiffer bezahlt, bestimmt auch, welche Melodie gespielt wird. Können wir denn dieser Melodie noch vertrauen? Nein, also weil das ja nun auch überhaupt nicht demokratisch kontrolliert ist. Es ist ja in keiner Weise legitimiert, was die WHO heutzutage macht. Sie sind ja sozusagen aus der Kontrolle der demokratisch legitimierten Nationalregierungen heraus und drei Viertel wird eben von privaten Spendern finanziert. Gut, aber unsere Politiker berufen sich ja immer wiederum auf die Melodie der WHO. Ja, ja, natürlich. Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das hast du schön übergeleitet. Es gab bis 1994 ein Bundesgesundheitsamt. Also das war die Dachorganisation aller regionalen und örtlichen Gesundheitsämter. 1994 hat der damalige Gesundheitsminister Seehofer das wegen einer traurigen Panne dann hat er das Bundesgesundheitsamt zerschlagen. Also ich sage mal, der Anlass stand in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Damals ging es darum, dass irgendwie Blutkonserven von Aids-Infizierten gespendet wurden in den Kreislauf von Empfängern, die noch nicht infiziert waren, die auf die Weise mit infiziert waren. Ein sehr trauriger Vorgang, aber kein Grund deswegen eine staatliche Behörde zu zerschlagen. Dann schmeißt man den Chef raus, reformiert das, neue Besen kehren gut und dann geht es weiter. Aber er hat das als Anlass genommen, offenkundig vorausschauend auf zukünftige Entwicklung, das Bundesgesundheitsamt zu zerschlagen. Und die Aufgaben der Infektions- und Epidemiebekämpfung war jetzt in die Hand des Robert-Koch-Institutes übergegangen, die ja nun eine ganz andere Machtfülle hatten, weil sie waren nicht mehr Teil eines größeren Bundes, einer größeren Bundesbehörde, sondern sie sind in den Rang einer Bundesbehörde aufgerückt und sind allein zuständig für die Seuchenprophylaxe. Und die wiederum, gerade der Herr Drosten ist ja jetzt sehr bekannt geworden, die wiederum beraten, beraten in Anführungszeichen direkt die Bundesregierung, bestimmen die Richtlinien der Seuchenpolitik. Darunter kommt das vielleicht ganz kurz nochmal zum Robert-Koch-Institut. Sind die unter staatlicher Kontrolle oder gibt es da auch externe Einflüsse? Es gibt sicher allein schon durch den Drehtüreffekt einen äußeren Einfluss. Also sie haben den Rang einer Bundesbehörde, aber natürlich wie überall werden die Experten, die dort arbeiten, auch die rotieren, kommen aus anderen Bereichen und kommen dann dazu und erlangen manchmal also den Rang eines Seuchenpapstes wie halt jetzt Herr Drosten und diese Anweisungen werden dann runtergereicht über das Gesundheitsministerium. Das ist ja jetzt auch gerade durch die Modifizierung des Infektionsschutzgesetzes vor einer Woche aufgewertet worden. Herr Spahn, es ist ja die Tendenz, dass der Föderalismus eigentlich aufgeweicht wird und der Bund immer mehr Funktionen übernimmt. Das haben wir neulich bei dem Straßenbau gesehen, dass sich da der Bund ganz anders jetzt reinhängt als früher und hier ist auch so, jetzt seit letzter Woche ist halt der Bundesgesundheitsminister eigentlich zum Gesundheitspapst geworden und das ausgerechnet Herr Spahn, der ja nun, der ist ja Bundesgesundheitsminister, der ja nun ganz gute Beziehungen zur Pharmaindustrie betrieben hat und früher auch mehr oder minder lobbyistisch in dieser Richtung aktiv war. Und diese Vorgaben werden dann runtergereicht bis in die regionalen und lokalen Gesundheitsämter. Ja gut, aber ich leide ja jetzt Gott sei Dank nicht an einem Kurzzeitgedächtnis. Vor acht oder zehn Wochen hat unser Bundesgesundheitsminister Herr Spahn ja uns noch in Sicherheit gewogen ja und plötzlich wurde diese Gelassenheit und die er ausgestrahlt hat völlig ins Gegenteil verkehrt. Mir macht das Angst, wenn die sogenannten Entscheidungsträger heute sagen, wir müssen hier nach links, das ist die richtige Richtung und dann gehen wir zwei Schritte nach links und dann plötzlich müssen wir Vollgas nach rechts. Was sagt das über die Belastbarkeit dieser ganzen Einschätzung und der wissenschaftlichen Grundlagen überhaupt aus? Ja, es ist in der Tat ein gewisser Niedergang der repräsentativen Demokratie, weil unsere Politiker jetzt tatsächlich von Beratern, von privaten Stiftungen, von Lobbyorganisationen, von Pressure Groups getrieben werden von der einen Richtung in die andere. Guckt man sich zum Beispiel an, Boris Johnson hatte nach meinem Eindruck jetzt eine ganz vernünftige Konzeption gefahren. Er hatte gesagt, wir machen jetzt keine Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wir machen jetzt das Konzept der Herdenimmunisierung, das heißt, wir gucken einfach, es muss so sein, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung infiziert wird und dann haben die auch rechtzeitig da selber schon, ohne dass von außen irgendwie geimpft werden muss, die Antikörper entwickelt. Und dann standen halt die hysterisierten Eltern, die von irgendwelchen solchen Pressure Groups angetrieben wurden vor den Schulen und Kitas und haben dann Schilder hoch gehalten, Boris Johnson, bitte bring unsere Kinder nicht um. Also die Politiker werden auch immer wieder von Kampagnen getrieben, man kann auch sagen, sie werden manchmal massiv erpresst von Pressure Groups. Ja gut, die sind ja alle von der öffentlichen Meinung abhängig, die wiederum durch Medien geprägt werden. Und er ist jetzt vollkommen eingeschert in die Richtung, in die alle anderen Staaten auch eingeschert sind. das war noch schlimmer. Ja, ich sage jetzt mal, selbst in den USA muss der eingeschert werden. Das wurde ja zuvor auch ganz anders kommuniziert. Der einzige Sonderfall ist noch Schweden. Was ist in Schweden los? Ja, da wird ja das Konzept der Herdenimmunität immer noch betrieben. Also das öffentliche Leben wird ja weitgehend noch betrieben. Ja, sind dort die Politiker selbstständiger? Sind die fundierter? Sind die weniger fundiert? Ist dort der Druck der Mediensprecher oder oder der Einfluss vielleicht von diesen ganzen transatlantischen oder anderen Lobbyorganisationen? Kannst du das einschätzen? Oder ist das Ich kenne mich da in der schwedischen Szene nicht so aus. Eigentlich sind sie ja ziemlich transatlantisch geworden, wenn man sich die ganzen außenpolitischen Manöver anguckt und wie sie es auch mittlerweile sich der NATO de facto angeschlossen haben, ist das nicht gerade ein Leuchtturm. Ich denke, es gibt natürlich auch immer mal wieder so Politiker, also Regierungschefs, die vielleicht tatsächlich mal den Mut haben, was Eigenes auszuprobieren. Und auch da liest man ja schon wieder, das schwedische Modell droht zu kippen und ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es bald auch einschwenken, weil es ist einfach weltweit so ein Druck auf die Regierung. Ja, ich habe halt auch den Eindruck, gerade als jetzt Indien, 1,3 Milliarden Menschen, 1,3 Milliarden in Quarantäne, Hausarrest, wie auch immer, ja, dass es so ein Überbietungswettbewerb ist, niemand will schuld sein, niemand will sich vorwerfen lassen, möglicherweise die Gesundheit oder gar das Leben von Menschen zu gefährden und die schauen sich gegenseitig ab, was könnte man noch tun und im Moment ist da so ein, also ich empfinde das wie ein Wettlauf, was können wir noch alles tun. Also es ist ja das Erstaunliche, wir haben einen Freund in Australien und der hat uns erzählt, dass es da genauso aussieht in den Geschäften wie hier, der Einkaufswagen und der Maske und so weiter und Indien ist natürlich besonders krass, also der Herr Modi, der dortige Premierminister, geht ja sowieso über Leichen, schon seit Jahren, das hat er schon gemacht mit der Abschaffung des Bargeldes kurzfristig, wo die ganzen Händler da schon massenhaft Selbstmord betrieben haben und ich habe einen indischen Freund und der sagt, es ist ganz schlimm, also massenhaft Selbstmord, weil so ein Touristguide, wenn da keine Touristen sind, der hat nichts, es gibt keine Versicherung wie hier, die haben nur ihre Familienverbände und wenn die ganze Familie eingepfercht ist, ich möchte auch mal wissen, wie viele, wie sich die Suizidrate in den letzten Monaten seit dieses Corona-Regimes bewegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in der Bundesrepublik vermehrt zu Selbstmorden gekommen ist, also man könnte, selbst die Tagesschau hat gesagt, es sind in Indien schon mehr Leute zu Tode gekommen durch die Maßnahmen als durch die Epidemie selber. Ich war ja total erschrocken, als ich diese Bilder gesehen habe, dass diese ganzen Wanderarbeiter oder Tagelöhner in Neu-Delhi auf einem Busbahnhof sich gedrängt haben, um irgendeinen Bus in ihre Region zu finden. Und die waren dann gestoppt. Zuerst gab es noch gar keine Busse, eine riesige Menschentraube, die quasi aus Neu-Delhi quasi in jedem Teil des Landes einerseits zurück mussten, weil sie sonst wahrscheinlich verhungert werden, andererseits nicht zurück konnten und jetzt möglicherweise auch zur Ausbreitung beitragen. Also das müsste doch absehbar gewesen sein, so was. Ja, ja, das ist, also ich sage mal auch, die ganzen Führungspersönlichkeiten sind so abgehoben mittlerweile von der Realität. Also Herr Modi ist ja eine ganz merkwürdige Kombination aus Hindu-Nationalismus und Marktradikalismus und das ist ja eine ganz merkwürdige Mischung. Kommen wir mal nach Deutschland. Genau. Wie schaust du auf die Lage in Deutschland? Das ist jetzt sehr pauschal, kannst das ein bisschen eingrenzen, thematisch, juristisch, gesundheitlich, politisch, soziologisch. Im Prinzip diese Maßnahmen, die hier eingeführt werden, also in Bezug auf die Wirtschaft, in Bezug auf die persönlichen Freiheiten. Ja, fangen wir an mit den persönlichen Freiheiten. Das ist ja absolut verfassungswidrig und es ist auch illegal, diese Ausgangsbeschränkungen, die jetzt am Laufen sind. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein kleines Video von Gerhard Wisniewski. Da hat sich einfach nur die Mühe gegeben, die bayerischen Ausgangssperrenverordnungen von Herrn Söder zu vergleichen. Also der bezieht sich ja auf das Infektionsschutzgesetz und zwar auf die Paragraphen 28 bis 31 der Herr Söder. Und dort wird festgelegt, man braucht nur nachlesen, da steht drin, dass schwerst infektionskranke Menschen, die eine Gefahr für ihre Umwelt darstellen, können angehalten werden, zu Hause zu bleiben. Dabei ist von Lungenpest die Rede, von hämorragischen Beschwerden. Aber nicht, das ist kein Gesetz, was irgendetwas hergibt, dafür die ganze Bevölkerung in Hausarrest zu setzen. Also es ist absolut illegal, was da passiert und deswegen ist Frau Merkel auch immer noch vorsichtig und appelliert an die Einsicht der Bürger und deswegen auch die vielen, vielen ergreifenden Lieder, die im Internet kursieren, wo Leute singen, wir bleiben zu Hause und bla bla. Und das, was mich so vor ein paar Tagen gefreut hat wie Schneekönig, endlich, ich habe mich gewundert, warum pennen die Juristen eigentlich und besonders Rechtsanwälte, die haben doch eigentlich alle auch jetzt Zeit, um irgendwas auf den Weg zu bringen. Und dann hat Frau Beate Bahner, eine Fachanwältin für Medizin, juristische Probleme, jetzt endlich am 3. April eine Verfassungsbeschwerde losgelassen und sie sagt eben, es ist grob verfassungswidrig. Ich lese mal kurz vor, es ist wunderbar, da geht mir das Herz auf. Insbesondere sind diese Maßnahmen, also diese Isolierungsmaßnahmen nicht durch das Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt, welches erst vor wenigen Tagen in Windeseile überarbeitet wurde. Wochenlange Ausgehbeschränkungen und Kontaktverbote auf Basis der düstersten Modell-Szenarien ohne Berücksichtigung sachlich kritischer Expertenmeinungen, sowie die vollständige Schließung von Unternehmen und Geschäften ohne jedweden Nachweis einer Infektionsgefahr durch diese Geschäfte und Unternehmen sind grob verfassungswidrig. Also es ist das Mindeste, was man sagen kann. Im Prinzip müssen wir eigentlich die Bundesregierung und die Länderregierungen schleunigst verhaften, weil das ist nicht nur ein Bruch des Grundgesetzes, das ist auch ein absolut nicht abgedeckt durch irgendein bestehendes Gesetz. Das ist eine Orwell-Putsch, der hier stattfindet. Das ist die juristische Dimension. Was ist denn jetzt mit unseren Verfassungshütern und Gerichten und Juristen? Wo bleibt denn jetzt der Aufschrei? Ja, ja, ich meine, ich setze mal voraus oder ich mache Ihnen zugute, dass Sie auch erst mal vielleicht geschockt sind oder ratlos. Und was mich sehr freut, dass jetzt immer mehr Leute aus der Schockstarre erwachen und sagen, also es ist eine so krasse Diskrepanz zwischen dem Anlass, also im Prinzip einem etwas stärkeren Schnürf, der natürlich wie jede andere Erkältungskrankheit auch bei hochbetagten multimorbiden Menschen tödlich ausgehen kann, der aber von den ganzen Zahlen her, ich habe mal geguckt, Berlin, was ist da bis jetzt? Da sind 3300, weil unser Enkelsohn war ganz traurig und sagte, da sind 7000 Menschen gestorben in Berlin, mussten wir ihn erst mal trösten, da habe ich dann mal hinterher auch Faktencheck gemacht, es sind 3300 Bürger in Berlin bis jetzt als Covid-19 infiziert ermittelt und die Zahl der Toten 20. Das ist also rechnerisch nicht mehr darstellbar und auch die infizierten Zahl ist in Promille nicht darstellbar. Und von daher wachen jetzt immer mehr Leute auf und sagen, das ist völlig unverhältnismäßig, das haben wir noch nie gehabt, man muss sich doch mal vorstellen, wir haben in der ganzen Geschichte von Deutschland, die 2000 Jahre oder tausend Jahre, haben wir nicht einmal den Fall gehabt, nicht in der DDR, nicht im Naziregime, dass Menschen zu Hause eingesperrt wurden und was passiert, da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Was ist eigentlich los? Mir kommt das so vor, gab es früher, als es noch Textilgeschäfte gab in jeder Stadt und wurden die Schaufenster zugehängt mit Decken, dann wurde neu ausstaffiert, das Schaufenster neu gestaltet und alle waren schon ganz gespannt und dann irgendwann wurde dieser Vorhang weggemacht und das neue Design der staunenden Öffentlichkeit präsentiert. Da habe ich das Gefühl, im Moment findet so ein Remodeling der ganzen Weltökonomie statt. Wir sehen ja hier in Deutschland, das können die Leute nicht lange durchhalten, der Mittelstand wird zerstört und auch diese 156 Milliarden werden daran nichts ändern. Ich kenne schon ein Mann Unternehmen, die jetzt vom Finanzamt gequält werden und irgendwelche utopischen Nachzahlungen, Nachzahlungsforderungen bedienen müssen und das nicht können. Mir liegt ein Schreiben von der Kreditreform vor, die, das ist ja Schufa-Kreditreform, die informieren halt Kunden, ob sie anderen Menschen Kredite geben können oder Geschäfte in größerem Maße mit demjenigen machen können. Hat er eine Bonität? Ist er zahlungsfähig? Und in diesem Schreiben steht drin, also für Großkunden, wenn glauben sie nicht, dass diese Maßnahmen greifen werden. Stellen sich darauf ein, dass das nur ein Strohfeuer ist und dass im September die große Insolvenzwelle über Deutschland hinweg rollen wird. Sagt die Kreditreform. Hat die Kreditreform geschrieben. Also ich habe jetzt irgendwo mitbekommen, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dass Sachsen, also unser Bundesland, aus dem wir stammen, rund 70 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben und da schon Berechnungen sind, dass es schon in kurzer Zeit auch bei den Arbeitsagenturen dann düster aussieht. Also ich bin froh, dass ich als ein Mann Unternehmer, als Verleger, ich verlege ja meine Bücher selber und damit kann ich dann auch ganz gut davon leben, von meiner Schreiberei, keine festen Kosten habe. Also ich kann das alles, ja in der Wohnung darf ich es nicht machen, aber ich habe ein Office, einen kleinen Raum, für den bezahle ich 60 Euro im Monat. Und ja, ansonsten habe ich auch keine Mitarbeiter. Also das heißt, mir entgeht jetzt unglaublich viel. Also Vorträge und auch der Buchverkauf paradoxerweise, man möchte ja meinen, dass die Leute jetzt lesen, wie man kloppt, der Buchverkauf geht ja auch runter. Und ja, mir entgeht einfach jetzt Gewinn, aber ich werde nicht so schnell in die Grätsche gehen. Es sei denn, das Finanzamt kommt mit irgendwelchen Fantasiezahlen und will irgendwas von mir haben. Aber ansonsten komme ich wohl durch. Aber alle anderen, ein Dachdeckermeister, der jetzt irgendwie vorfinanziert hat für ein Dach, 35.000 Euro oder sowas, der steht plötzlich völlig auf dem Schlauch, der kann aufhören. Und es ist, also hier findet eine Umgestaltung der Gesellschaft statt. Und deswegen auch mein Titel, der kriegt der Superreichen gegen die restlichen 99 Prozent. Das ist in Deutschland besonders heftig. Da wollte ich eh gerade fragen, du sagst, das ist eine Umgestaltung. Ja. Das heißt, irgendwas Bestehendes geht, irgendwas Neues kommt. Ja. Und das bringst du jetzt in Verbindung mit irgendwelchen Superreichen. Wer sind denn die Superreichen? Ja. Also ich wollte es erstmal noch zu Ende bringen. Und zwar ist ja jetzt so, dass die strukturschwachen Staaten in der EU mit einem neuen Schuldenpaket von einer Billion finanziert werden soll. Das zusätzlich zu den 156 Milliarden für Deutschland. Das heißt, nach dem Banken-Bailout von 2008, 2009 ist das jetzt die zweite ganz schwere Verschuldungswelle für die öffentlichen Bereiche, für die Staaten. Und Italien wird jetzt wohl schon dasselbe Schicksal ereilen wie Griechenland. Das heißt, die Filetstücke werden schon verteilt. Die Staaten werden reihenweise insolvent. Und dann wird die Privatisierungswelle noch einmal richtig Fahrt aufnehmen. Dann werden wahrscheinlich auch die Genossenschaftsbanken, die ja eh schon durch Basel III schikaniert und behindert werden durch die besonderen Dokumentationspflichten. Werden dann auch wahrscheinlich die Grätsche machen. Werden dann von der Deutschen Bank aufgekauft. Andererseits gibt es auch schon Gerüchte, dass die Deutsche Bank angegriffen wird und dass Hedgefonds halt auf den Niedergang der deutschen Konzerne wetten. Und das heißt, das ist eine ganz, eine Verbilderung der Szenerie. Also im Prinzip, das grobe Bild ist, die Staaten geraten immer mehr in Verschuldung. Jawohl. Die müssen, die können immer weniger ihre Aufgaben, ihre Institutionen und so weiter finanzieren, weil sie einfach damit immer schwächer werden. Ja. Und geben damit im Prinzip Bereiche frei, die jetzt zu privatisieren sind, um wieder gefüllt zu werden. Das ist also so das grobe Bild. Genau. Also die öffentliche Hand, wir werden enteignet. Man muss ja sagen, nicht der Staat. Das ist jetzt so abstrakt. Wir werden ausgeplündert nach allem. Ja gut, nach der Definition ist ja, ich sage jetzt mal, die Bevölkerung. Sind wir der Staat, der oberste souverän. Da gibt es die Bevölkerung, also ein Volk und da gibt es so ein Staatsgrenzen und dann gibt es da im Prinzip eine Organisation und diese Organisationsform, Verfassung oder wie auch immer, das ist der Staat. Also wir sind der Staat, der Staat sind wir. Da gibt es gar keinen Unterschied. Jawohl. Und wir werden ausgeplündert, um es kurz zu sagen. Und bei den früheren Ausplünderungsmaßnahmen, muss ich mal vergegenwärtigen, man hat ja in den 70er Jahren die Mechanismen geschaffen, um jetzt den Staat auszuplündern. Da gab es dann die Clearing-Organisationen, CEDEL und Euroclear. Die haben es möglich gemacht, ganz blitzschnell Geldtransaktionen auf der ganzen Welt zu machen über diese Schienen, laufen die Züge, die Finanzzüge über diese Schienen und zum anderen natürlich das Kontoführungssystem SWIFT. Dadurch diese Clearing-Stellen, im Gegensatz zu dem Namen von wegen Aufklären, dort werden einfach sämtliche Eingänge völlig in Zahlenkolonnen aufgelöst. Ist also so eine Art Notariat, wo der Besitzerwechsel einfach nur dokumentiert wird. Und die ganzen Beschäftigten bei diesen CEDEL und Euroclear schieben den ganzen Tag nur ganz stumpf zähnlich Zahlenkolonnen herum und wissen gar nicht, was sie da verschieben. Das war auch ein Einfallstor für das organisierte Verbrechen, weil jetzt hier alles zu einer Suppe zusammengemanscht wird. Die Einnahmen aus Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenschmuggel und legale Dinge. Und dadurch kam es dann eben auch dazu, dass das organisierte Verbrechen seitdem zu einer Weltmacht geworden ist. Und da sind wir jetzt, dadurch konnte man auch die Offshore-Inseln machen, wo dann das Geld am Fiskus vorbei getrieben wurde. Früher gingen vielleicht 5% der Gewinne in private Hand von den Superreichen. Heute geht eigentlich fast alles am Fiskus vorbei. Und das Geld, dieses massenhafte Geld hat man in Stiftungen abgeleicht meistens, weil das auch wieder steuerbefreit. Über diese Stiftungen rettet man sein Vermögen vor dem Fiskus und zum anderen nimmt man aber auch zunehmend Einfluss auf Wissenschaft, Politik, Medien und ein immenser Überschuss an Geld, der hier unsere Politik beeinflusst und unsere Medien. Dadurch kommt ja auch diese ganze Verwahrlosung der Medienkultur, die ich am Anfang beschrieben habe, exemplarisch an der Monitor-Sendung. Also da sind ja Stiftungen, die sehr kapitalreich sind. Aber das ist ja jetzt kein handlungsloses und ein interessenloses Konstrukt, sondern die haben schon auch gewisse Interessen, die sie verfolgen. Und mit den Geldern, die da gesammelt werden, mit dem Einfluss, können die natürlich quasi auf die Medien Einfluss nehmen, auf andere NGOs Einfluss nehmen und so weiter. Aber was sagt denn das alles über unsere Demokratie aus? Ja, die ist natürlich dann Bach runter. Also es ist ja jetzt so, Bill Gates zum Beispiel mit seiner Impfphobie und Manie, wie ein Vordalherr früher, der das Geld hatte und es halt sozusagen aus eigener Machtvollkommenheit und Herrlichkeit den Untertanen gegeben hat. So ist es jetzt wieder, die Geschmäcker und die Vorlieben der Stiftungsherren bestimmen im Prinzip, was hier als Gesundheitspolitik umgesetzt wird. Und das konkrete Ergebnis ist, dass eben alle Gegner einer Impfpolitik oder einer Antibiotikapolitik als Verrückte, als Verschwörungstheoretiker hingestellt werden, dass das als krankhafte Abirrung, das ist dann sozusagen nach unten runtergebrochen, das was da kommt. Die Wahrheit ist ja kein Mehrheitsprinzip. Ja, so nach dem Motto, wenn die Mehrheit sagt, das ist wahr, dann muss es wohl wahr sein. Ich erinnere da nur an diese Geschichte vom Galileo Galilei, der festgestellt hat, dass dieses biblische Weltbild, dass die Erde das Zentrum des Universums ist und alles sich um uns dreht, dass da irgendwas nicht stimmt. Es müsste anders sein und musste damals abschwören vor kirchlichen Kreisen. Alle waren der Meinung, der ist völlig verrückt. Er hatte natürlich Beweise, er durfte nicht gehört werden. Hätte er nicht abgeschworen, wäre er am Kopf kürzer gewesen als Ketzer oder was weiß ich, was ihm dazu zugestoßen wäre. Also hat er abgeschwört beim Verlassen des Gerichtssahls, sagte er, und sie dreht sich doch. Ich glaube, auf dem Sterbebett hat er es gesagt. Oder auf dem Sterbebett, kann auch sein. Na gut, dann war es halt auch das Sterbebett. Da konnte ihm nichts mehr passieren. Ich glaube, 400 Jahre hat die katholische Kirche gebraucht, um ihn zu rehabilitieren. Erstaunlich, dass sie das nicht getan hat. Aber haben die tatsächlich das Narrativ, das wissenschaftlich schon längst widerlegt war, so, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, aufrechterhalten. Ja. Könnte das in heutigen Gesundheitsfragen auch so sein? Ja, ja, wir haben ja eben diese ganzen Netzwerke, ich würde sagen mal das moderne Wahrheitsministerium, das habe ich im Schwarzbuch Wikipedia dargelegt. Das sieht so aus, dass auch die Wahrheit sozusagen privatisiert wurde, weil jetzt nämlich diese Stiftungen, zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung zusammen mit Wikipedia und mit Psyram bestimmt, was Wahrheit ist und was nicht, was richtig ist und was falsch ist. Hinter diesen Netzwerken stehen wiederum Pharmakonzerne, die machen also bei Wikipedia und Psyram werden ja alle Pharma-Skeptiker schlecht gemacht und die Pharma-Produkte eigentlich, da wird einfach nur der Beipackzettel abgedruckt oder reingenommen in den Artikel. Und das ist ein Instrument, mit dem man Meinungen schaffen kann, weil den Schülern wiederum empfohlen wird, sich zu orientieren bei Wikipedia. Und weil auch, man sieht ja jetzt bei YouTube immer, wenn zum Beispiel RT Deutsch Sendungen sind, dann steht da drunter Wikipedia Doppelpunkt. RT Deutsch wird zum Teil von der russischen Regierung finanziert, nicht wahr? Also es wird, es ist so ein Teufelskreis, wo die Presse sich auf Wikipedia bezieht, aber Wikipedia auch wiederum aussucht, welche Presseorgane jetzt überhaupt reputabel sind. Und da fallen zum Beispiel, sage ich mal, KenFM, Telepolis oder Rubicon unter die Kategorie nicht reputabel, weil sie, also hier wird sozusagen die Weltsicht der Superreichen runtergebrochen bis in die letzte Wissensprovinz. Also dieser Begriff Wahrheitsministerium. Ja, von Orwell. Orwell, ich wollte gerade sagen, das kann man, glaube ich, sogar kostenlos auf YouTube, auf Deutsch komplett durchhören. Also Orwell, wer jetzt in Quarantäne sitzt und Orwell mal gucken will, so vielleicht mal eine interessante... Aber es könnte sein, dass man dann etwas depressiv draufkommt. Das Buch ist sehr düster, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Orwell hat ja beim Geheimdienst, beim englischen Geheimdienst gearbeitet und hatte genau die Aufgaben, die diese Leute da in seinem Roman dann übernehmen im Wahrheitsministerium. Naja, möge selber urteilen, ob er da Parallelen zur heutigen Zeit sieht. Ja, ich würde halt gerne noch auf diese Vorstellung kommen, der Superreichen. Okay. Bitte beschreib uns doch mal, wen du da in diesem Bereich einordnest, auf was wir uns da für Menschen stoßen, wenn wir da hingucken. Interessieren würde mich natürlich auch die Einflusswege, wie diese Kräfte Einfluss nehmen auf uns und diese Struktur über Stiftung Medienpolitik bis hin zu den Parteien. Ja, wir hatten es ja exemplarisch eigentlich schon gezeigt bei der Bill Gates Stiftung, wie das eben von oben nach unten runtergereicht wird. Das wird dann ja noch, wenn die Politiker störrisch sind, wird das ja dann noch verschärft durch entsprechenden Shitstorm durch die Presse, kann man sagen. Also wird jemand plötzlich unmöglich. Also Schröder will nicht nach Irak. Also unmöglich. Oder werden Leute irgendwie sturmreif geschossen von der Presse, wenn es nicht passt. Also so hat man damals zum Beispiel Adenauer, als er versuchte auszuscheren aus der angloamerikanischen Schiene und mit de Gaulle ein Gegengewicht schaffen wollte. Ein eigenes hat man den dann auch ausgebremst. Oder dann Erhard, als er mit Khrushchev zusammen eigentlich das verwirklichen wollte, was dann Gorbatschow 20 Jahre später machte. Kohl wäre fast also auch ebenbürtig geworden, wenn der Deal mit Gorbatschow geklappt hätte. Und immer waren auch dann entsprechende Pressure Groups zur Stelle, die dann in dem Fall haben die Pressure Groups dann Gorbatschow mal eben lahmgeschossen, indem man einfach die Sowjetunion aufgelöst hat und der US-hörige Yeltsin dann Russland ruiniert hat. Das sind so, man sieht das immer wieder, Kampagnen, wo Leute dann mal plattgemacht werden. Oder Willy Brandt ist nicht mehr tragbar, genau in dem Moment, wo er die Brüsseler Erklärung, in der die EU, damals EG, Außenminister erklären, dass sie keine Entscheidung mehr treffen, ohne vorher die USA zu befragen. Das wollte er nicht unterschreiben. Dann kam eben die Kampagne mit Guillaume, mit dem Stasi-Spitzel. Das sind alles so Sachen, wie man Politik auf Linie bringen kann, auf die gewünschte Linie, wie man es runterreicht. Wir haben es ja gesehen an der Gesundheitspolitik. Und da wird noch ganz anderes auf uns zukommen, was jetzt noch in diskreten Kreisen da unter hohen Herren besprochen wird, zum Beispiel, wie man die Klimakrise jetzt lösen wird. Da gibt es den Kopenhagen-Konsensus-Group, wo dann einerseits gesagt wird, der Klimakollaps ist ein Faktum, aber wir müssen es den Leuten so kommunizieren, dass sie das nicht glauben, um Zeit zu gewinnen, um dann irgendwann zu sagen, hoppla, unsere Biosphäre ist gefährdet, wir müssen jetzt schleunigst Palliativmaßnahmen machen. Da wird dann wiederum genau die Ölindustrie, die Fossilindustrie, das ist ja ein Irrweg mit der Fossilindustrie, die wird dann genau damit ein Riesengeschäft machen. Also, sie haben erst das Klima vergrützt durch den ganzen Dreck, der da emittiert worden ist. Und jetzt wollen sie den Klimawandel bekämpfen, indem sie dann Aerosole in die Luft schießen. Das ist alles schon geplant und eigentlich schon im Detail. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man das machen will. Da sind also Bill Gates auch wieder ganz vorne und Richard Branson, das Virgin-Konzern. Die wollen dann quasi, sie haben einen ganzen Katalog von Maßnahmen, was man dann machen müsste, um das Klima zu retten. Es gibt andere Punkte, wie zum Beispiel 5G. Jetzt haben wir gerade vor einer Woche das erste Großopfer auf wirtschaftlicher Ebene bereits registriert. Elon Musk, der bekannt ist als Erfinder von PayPal, der damit stinkreich geworden ist. Und Tesla, diese Elektroautos. Er hat eben auch einen Konzern für Raketen, einen Raumfahrtkonzern. Und es gibt einen europäischen Konkurrenten, der mit russischen Trägerraketen auch flächendeckend Satelliten um die Welt setzen wollen. Der Plan sieht genau aus wie ein Coronavirus. Sie wollen 17.000 Satelliten in die Umlaufbahn bringen und da ist Elon Musk vorne mit seinem Konzern. Und jetzt vor kurzem dieser Konkurrent aus Europa musste vor einer Woche Insolvenz anmelden. Und damit ist ein Konkurrent von Elon Musk schon aus dem Weg geräumt. Das heißt, es lohnt sich, diese Corona-Geschichte für die ganz Großen auf dieser Welt. Und ja, da gibt es viele Dinge, die sich da ereignen, wo die sich denken, also mit 5G zum Beispiel, autonomes Fahren, ganze Welt. Dazu sind auch diese Satelliten eben gedacht. Das heißt, die wollen, das geht hin bis zum Transhumanismus. Also die Idee, auch das wiederum wurde ausgehackt von Elon Musk und Freunden, Computer und menschlichen Organismus miteinander zu verbinden. Entsprechend ja auch die Johns Hopkins Universität, die an der synthetischen Biologie arbeitet, auch im Sinne von Bill Gates. Das heißt, es wird daran gearbeitet, Zellkerne zu entfernen und an ihre Stelle synthetisch generierte Kerne einzusetzen, um ganz massiv neue Mutanten auf die Welt zu bringen. Und ja, der Transhumanismus bedeutet, dass im Prinzip der Mensch in die Maschine übergeht. Das sind also ganz wilde Ideen, die von diesen Superreichen ausgeheckt werden. Und dafür muss man natürlich auch erstmal die Erdoberfläche und das soziale Design massiv verändern. Und wir alle wissen ja nicht, was dieser Unfug, dieser absurde Unfug, der uns da im Moment das Leben stiehlt, eigentlich soll. Wir sehen ja, wenn die Menschen gerade jetzt im Frühjahr eingesperrt werden und daran gehindert werden, Ich glaube, sogar neuerdings, in Bayern kann man nicht mehr in die Alpen, die sind abgesperrt. Die Menschen, die ein Ferienhaus auf Rügen haben, aber gemeldet sind in Dortmund, dürfen dort nicht mehr hin. Das heißt, es wird alles getan, um die Abwehrkräfte der Menschen zu schwächen und sie so lange im Erdloch zu halten, bis sie sagen, bitte gebt uns endlich eine Impfung, damit wir hier raus können, wieder normal leben können. Also du sprichst ja auch diese Quarantänemaßnahmen dahingehend an, dass die sich nicht in der Freiheit, nicht in der Sonne bewegen können. Und vielleicht da noch anschließend, die Sonne ist ja extrem wichtig, dass wir über eigene Prozesse, über die Haut, Vitamin D3 produzieren. Und dass D3-Hormon den Stoffwechsel, aber auch die Abwehrkräfte maßgeblich steuert und aktiviert. Wer also den ganzen Tag zu Hause sitzt, kein Licht abkriegt, deswegen tritt ja immer zum Ende des Winters auch eine Krippeswelle auf, weil dort die D3-Produktion und die Reserven quasi verbraucht sind und damit quasi die Abwehrkräfte weg sind. Und ja, würde ich auch gerne noch sagen, dass die Freude, den Menschen wird ja die Freude genommen, der innerste Kern, die innerste Widerstandskraft, die man hat, die Freude, das Vertrauen und das ist eine enorme Widerstandskraft. Die Menschen werden also irgendwie ausgeleert, entkernt im Moment durch diese barbarischen Terrormaßnahmen. Und ich sag mal, worauf soll das hinauslaufen? Man hat sie jetzt schon 50 Jahre durch Fernsehen eigentlich seelisch entkernt. Und was will man denn jetzt noch groß entkernen? Also es ist der blanke Wahnsinn. Es ist nur Zerstörung, es ist nur Negativ, es ist genau das, was uns vorgeworfen wird. Wir würden irgendwie die Leute panisch machen und mit unseren Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen, genau das machen die, die zerstören unsere Kinder, unsere Enkelkinder, die zerstören jegliche Zukunftsoption. Warum? Diese Freude scheint mir ganz besonders beeinträchtigt bei solchen Gruppen wie zum Beispiel Fußballfans. Die wissen ja jetzt nicht mehr, was die am Wochenende tun sollen. Und darüber habe ich auch vor kurzem nachgedacht und ich habe gedacht, Alex, hast du überhaupt schon mal erlebt, dass jemand, der frisch verliebt war, der diese rosa-rote Brille hatte, dass der irgendwie ein Schnupfen oder ein Gebrechen hatte? Die springen da rum wie so Gummibälle, die sind voller Energie, denen scheint irgendwie gar nichts was auszumachen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich die Sachen anschauen, aber selber nicht depressiv werden und auch mal Dinge tun, die uns Freude machen. Also ich messe jetzt die 1,50 Meter nicht nochmal nach, weil das würde mir jetzt Freude machen. Ja, gehen wir weiter auf diese Entwicklung, die du jetzt vorher siehst. Also wir sind ja an diesem Punkt jetzt angelangt. Ja. Jetzt wissen wir nicht, ob das morgen eine totale Wende nimmt oder ob das in eine gewisse Richtung weitergeht. Was erwartest du? Ja, also das Negative habe ich ja jetzt schon beschrieben. Die negativen Potenziale muss ich sicher nicht noch weiter ausbauen, schon gar nicht, weil wir ja gerade von der Wichtigkeit der Freude gesprochen haben. Ja, okay. Nee, das Positive. Hier gibt es natürlich auch gerade in Marburg viele junge Leute, die sagen, ja, also Fridays for Future. Es ist ja die Möglichkeit, in dieser Zeit der Entschleunigung darüber nachzudenken, was eigentlich im Leben wirklich wichtig ist. Zweifelsohne ist ja das eine solche Entfremdungssituation, was wir jetzt haben, so eine verrückte Situation, wo man ja wirklich erstens mal total, sage ich mal, Autoritäten irgendwann nicht mehr anders kann, als sie zu hinterfragen. Zum anderen eben, ja, man kann ja schon auch das Positive sehen, dass man selber irgendwas entwickelt, dass man was vorliest, dass man miteinander irgendetwas unternimmt. Und im großen Rahmen würde ich sagen, es ist vielleicht ein Glück, dass die Superreichen ihren Putsch jetzt machen. Weil sie haben ihn sowieso vorgehabt und in fünf Jahren sind wir vielleicht noch, wären wir vielleicht sonst noch weiter entkernt oder chaotisiert auch, immer wegen diesem ganzen Chaos in der Migrationspolitik und so weiter. Und dieses Ganze, das Rechts und Links aufeinander hauen und diese Polarisierung in der Gesellschaft, das kann man ja vielleicht tatsächlich, das wäre vielleicht noch schlimmer geworden. Sie haben sich jetzt vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie selber so weltfremd sind, also so wie Marie Antoinette damals vor der Französischen Revolution gesagt hat, Was? Die Leute haben kein Brot zu essen und hungern? Dann sollen sie doch Kuchen essen. So ist vielleicht auch unsere Chance, dass die jetzigen, wenn man die Selbstzeugnisse dieser Elite-Menschen liest, dann fragt man sich wirklich, auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Sie haben sich vielleicht jetzt mit dem Kopf zu früh aus dem Fenster gehängt und wir sind jetzt vielleicht noch in der Lage, uns grundsätzlich da zu wehren und auch dann zu fragen, wollen wir das, dann sind uns vielleicht die Augen geöffnet dafür, wer auf diesem Planeten zunehmend die Macht sich anmaßt und können dann dazu kommen, erstens mal Lieferketten sind zusammengebrochen, also ist es vielleicht sinnvoll, Wirtschaft wieder zu regionalisieren. Das würde ich für eine ganz wichtige Lehre halten. und zum anderen die direkte Demokratie. Wir können, so wie es jetzt ist, wir wählen alle vier Jahre und dann wählen wir eine Partei, die dann aber ein Paket haben, was wir vielleicht nur zur Hälfte oder so haben, die wir vielleicht deswegen wählen, weil sie soziale Gerechtigkeit stärken soll, sind aber gleichzeitig für eine massive Anbindung an die NATO. Wir wählen sie vielleicht auch in unserer Verzweiflung trotzdem. Bei der direkten Demokratie können wir über jede Frage einzeln abstimmen, unabhängig von irgendeiner Fraktionsdisziplin, ohne irgendwelche Parteien, die uns da reinreden. Und das wäre jetzt der Weg, also ich sage mal, regional, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Strukturen, Deutschland in Stand besetzen. In Stand? In Stand besetzen. Es gab früher Häuser, die von Investoren verlottert wurden. Dann gab es Hausbesetzer und da hieß es, wir besetzen das Haus in Stand. Ich würde sagen, man muss Deutschland wieder in Stand besetzen. Man muss in der Tat sehen, dass wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir selbst entscheiden, was wir in Deutschland machen. Deutschland wird nämlich gerade total zerhackt. Dazu muss ich gar kein Rechter sein. Das sage ich als Apo-Opa. Aber Deutschland wird zerstört und daran liegt mir überhaupt nichts, dass Deutschland zerstört wird. Gut, geht anderen Ländern ähnlich. Ja, genau. Aber das ist jetzt kein besonderes deutsches Phänomen. Nein. Ich denke, das Positive vielleicht an dieser Situation ist, dass die Leute zu Hause sind, dass sie plötzlich Zeit haben, unerhofft viel Zeit. Manche wissen mit der Zeit gar nichts anzufangen und die mögen vielleicht diese Zeit nehmen, um sich zu orientieren und einfach mal vielleicht den Mainstream ausschalten, nicht die neueste Serie bei Netflix gucken, sondern wirklich mal sagen, okay, das ist ein Geschenk, ich kann innehalten, ich kann mich neu orientieren. Hm. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, weil in der Zeit, wo wir uns neu orientieren, werden hier Strukturen massiv zertrümmert, die die Menschlichkeit gewährleisten. Ja, gut. Zuerst kommt trotzdem immer das Erkennen, davon abgesehen. Ja, ja. Da wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten. Aber wie gesagt, wenn es so ist, dass die Superreichen jetzt einen riesen Fehltritt gemacht haben, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, jetzt etwas zu ändern und uns zu besinnen. Das meine ich ja. Ist das nicht unsere Welt oder ist das die Welt von Bill Gates, Richard Branson und Elon Musk oder Jeff Bezos? Wessen Welt ist es? Tja. Und eine juristische Einordnung vielleicht noch oder waren wir da schon fertig? Wir hatten ja gesagt, dass diese wunderbare Frau Bahner in Heidelberg diese Verfassungsklage auf den Weg bringt. Es würde mich mal interessieren, ob man daraus auch eine einstweilige Verfügung erwirken kann. Also, dass man jetzt sagt, also das ist so widerrechtlich und so unglaublich und so wackelig juristisch. Dagegen muss man erst mal, bis es geklärt ist, einwandfrei erst mal die Sache aussetzen. Aber das ist eine Sache von Juristen. Ich denke, es wird jetzt losgehen. Die Juristen werden mit Sicherheit jetzt aufwachen und ihre Tätigkeit beginnen, ihre Chance auch erkennen. Und ja, natürlich wissen wir auch, unsere Richter sind politisch abhängig, sind weisungsgebunden. Die Gewaltenteilung in Deutschland ist ein Witz. Also, Karriere Roman Herzog, oberster Verfassungsrichter von Kohls Gnaden eingesetzt und dann im Sinne von Kohl auch immer entschieden. Später dann Bundespräsident geworden aufgrund dieser Sache. Das heißt, das ist auch so eine Art von Drehtüreffekt. Also, machen wir uns keine Illusionen, aber es wird formuliert. Und wenn genug Juristen sagen, stoppt den Unsinn, es ist durch kein Gesetz irgendwo gedeckt. Und zudem, wie du schon richtig am Anfang festgestellt hast, die ersten 20 Verfassungsgrundsätze sind nicht verhandelbar in keiner Weise. Ich glaube, das kann in der Öffentlichkeit auch schon sehr viel bewirken. Und ich meine, die Faschisten, die Nazis mussten noch die Arbeiterbewegung und die Liberalen in Deutschland niederschlagen, weil die waren bewaffnet, die konnten sich wehren. Wir sind wehrlos. Und bei uns ist eigentlich so das große Schlachtfeld die öffentliche Meinung. Das wird auch überall so gesehen. Und auf diesem Gebiet, wenn man da einen Umschwung bewirken kann, dann, glaube ich, hat man auf jeden Fall schon viel erreicht. Mal sehen, ob sich sämtliche Gastronomen und Hoteliers zu einer Sammelklage zusammenfinden. Das dürften Tausende sein, Zehntausende in Deutschland. Ich denke, die haben ein berechtigtes Interesse, die Dinge zu hinterfragen, wenn ihre wirtschaftliche Existenz bedroht ist, massiv erschwert ist oder vielleicht damit verloren geht. Sie müssen sich auch selbstständig machen, weil sie sind ja auch eingehegt in so Stände, Verbände, Mittelstandsvereinigungen und so weiter. Die letzte Hand, diese Leute ja auch immer stillhalten. Also sie müssen sich schon auch innerhalb dieser Industrie- und Handelskammer, das ist eine Zwangsmitgliedschaft, da müssen wir auch mal endlich dagegen anmotzen. Das ist unmöglich. Das ist ein Überbleibste aus der Nazizeit, diese Zwangsmitgliedschaften. Und da muss jetzt was passieren. Der Mittelstand muss sich neu formieren, politisch. Und zwar auch sehr aggressiv politisch. Na ja, ich hoffe mir, dass die zwar ihre Interessen durchsetzen, dass es trotzdem auf friedlichem Wege stattfindet. Ja. Insofern denke ich, vielen Dank, mein lieber Hermann Kloppa, für dieses ausführliche Interview. Den Zuschauern seien auch gewisse Vorträge, die ihr im Netz findet, vom Hermann empfohlen, um diese transatlantischen Strukturen und die anderen Strukturen, die er schon mehrfach beschrieben hat, vielleicht noch genauer kennenzulernen. Wir wollten diese Strukturen in die heutige Zeit mit dem heutigen Wissen versuchen einzuordnen. In diesem Sinne, wie sagt man heute? Tschüss. Es geht so. Okay, ich danke dir. War das nicht schon zu viel? Abonniert. Bis zum nächsten Mal.